So süß schwärmt Jim Parsons bald Mama Kalei Kuroko. Er findet zuckersüße Worte für seine ehemalige Kollegin. Schauspielerin Kalei Kuroko, 37, erwartet aktuell ihren ersten Nachwuchs. Neben ihrer Familie und ihren Freunden freut sich aber auch ein einstiger Kostar für die werdende Mama, Jim Parsons, 49. Von 2007 bis 2019 waren die zwei Seite an Seite in The Big Bang Theory zu sehen. Nun äußerte sich Jim in einem Interview total süß über die Schwangere und attestierte ihr gute Mutterqualitäten. Im Interview mit Entertainment Tonight schwärmte der 49-Jährige in den höchsten Tönen von der Penny-Darstellerin. Vor allem in Bezug auf ihr baldiges Mama-Glück fand der Schauspieler nur liebe Worte. Sie wird unglaublich sein, verriet Jim und fügte hinzu, sie ist ein sehr warmherziger Mensch und ich denke, das Kind kann sich glücklich schätzen, sie als Mutter zu haben. Schon zu The Big Bang Theory Zeiten habe Jim sehr gerne mit Kalei gearbeitet. Weil sie eine beruhigende Präsenz habe. Dass Jim so von seinem einstigen Kostar schwärmt, dürfte für einige Fans überraschend kommen. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber Radar Online verraten, dass er in seinen Memoiren wohl über seinen Serien-Exit auspacken will. Denn in seinen Augen stehen einige Unwahrheiten darüber im Raum. Er will alles richtig stellen und die wahren Details seines Ausstiegs aufdecken, und das wird nicht schön, plauderte die Quelle aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017